Fit zum Föhn. Hier geht es um Hausaufgabe. In der Hauptaufgabe haben wir der Longamous Thoracic Muscle. Auch genau so können wir der Iliocostalis Thoracic Muscle nehmen zum Bauspiel oder Spinalis Thoracic Muscle. Bei den Fitnessball-Ubungen haben wir die Möglichkeit, die Übungen so zu beherrschen. Hier natürlich haben wir einen Brostkorbbelast mit Liegestütze, denn dazu bringe ich noch die Hyper-Extension extra in der Übung dazu. Das ist für den einen Typ-Übung, was wir machen werden. Und die andere Übung mag ich mit einem Kraft-Einsatz, mit einer Liegestütze, kombiniert mit den Beinen in der Hyper-Extension mitzuführen. Okay? Jetzt kommt die erste Aufgabe. Das ist die Hyper-Extension-Version ohne die Kraft-Einsatz von den Oberkörper von Liegestütze. Das ist die erste. Jetzt kommt die Kraft-Version. Die Fed-Einsatz von der Oberkörper sieht aus.